So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. eine Folge Ramses Minus. Wieder mal, ne, muss ich ja immer machen. Also habe ich gesagt, versuche ich, dass ich jetzt wenigstens eine Folge Ramses Minus in der Woche rausbringe. Vielleicht immer so zum Wochenende hin. Gehen ja immer meistens ein bisschen länger und die Leute brauchen immer ein bisschen Zeit. Jetzt seht ihr schon wieder, hier ist schon wieder alles voll mit Müll. Guckt euch das an, überall der Müll, ne. Deswegen werden wir einfach unser Raid Mania Maskottchen einblenden. Vom Master Martin, denn der Master Martin hat ja die Raid Mania aus dem letzten Monat insgesamt gewonnen. Deswegen begleitet uns ja sein Maskottchen durch den Monat. Während im Januar dann wieder einer bestimmt wird und der kann dann das Pokémon für den Februar sein und so weiter. Jetzt seht ihr eine große Änderung und zwar, da ist ein Sackjahn. Guckt dir das an und der hat nur ein halbes Ohr auf der einen Seite. Und ich habe mein Team ein bisschen geändert auf euren Wunsch hin. Wenn ich jetzt Meisterliga spiele, habe ich nicht mehr das Toggekiss im Team, sondern das Sackjahn. Ich weiß nicht, ob diese Entscheidung gut ist, sinnvoll ist, wie auch immer. Ihr habt gesagt, ja, das ist voll gut und so und das kann man auch immer nehmen, gerade wenn die Stahl-Pokémon kommen. Das kann ja Nahkampf und so weiter mit seiner Unlicht. Zuvor der Tage lädt das übelst schnell auf, aber ich weiß nicht. Das ist auch schon Best Buddy gewesen. Das ist auch ein 100%iges. Das ist nicht auf Level 50, ist aber jetzt natürlich schon deutlich höher als das Toggekiss. Ich habe mit dem Toggekiss in der Führung eigentlich immer viel Spaß gehabt. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Wir nehmen den Sackjahn hier rein in die Führung. Obwohl wahrscheinlich der dann in der Führung vielleicht doch nicht super wäre. Ich weiß es nicht. Toggekiss war immer mein Pokémon in der Führung. Iced Out, Lukas, Germany. Toggekiss war mein Pokémon in der Führung. Vor allem mit Charme und hat dann immer hier alles rausgelockt, was ging. Der hier ist erstmal... Ja, Nahkampf ist ja relativ schnell voll geworden, sage ich mal. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier alles treffe. Ja, dann wäre das schon mal gut. Ah, das ist nur großartig. Da, der wehrt ab. Der wehrt ab. Warum wehrt der ab? Und die Verteidigung sinkt stark. Das heißt, wir sind gleich tot. Ich glaube, ich muss schilden, aber... Wenn er schildet zuerst, dann schilden wir hinterher. Und dann ist der Rest eigentlich wieder egal. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel Sackjahn einstecken kann und... Was der so aushält, aber das ist so ein dünner, klappriger Hund. Der sieht nicht so heftig aus. Ansonsten, hier mit Nahkampf macht er auf jeden Fall gegen Dialga einiges her. Das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Knuddlader ja auch. Haben wir noch nicht eingesetzt. Jetzt kommt hier Metagross. Das heißt, jetzt Nahkampf auf das Metagross wäre sogar auch noch nice. Ja, schöne Jugendsprache hier ausgebeutelt. So, hier zack. Lässt ein bisschen durch. Wir sind sogar sehr effektiv mit unserem Quick Move und können jetzt gemütlich auf das Giratina wechseln. Was wir sonst immer nehmen. Jetzt wechselt er raus, geht auf Darkrai. Das heißt, wir wechseln auch einfach mal hinterher. Egal, was der jetzt genommen hätte. Sobald er wechselt, wechseln wir halt einfach auch. Und das sieht eigentlich auch recht gut aus, was wir da machen. Ähm, den... Den lassen wir mal durch. Oha. Hat er Fokusstoß. Woher das denn? Wird er jetzt schwächer? Schaffen wir das, den hier wegzuknüppeln? Na, ich mach lieber mal meinen Move. Wenn der nämlich noch einen Fokusstoß macht, sind wir weg. Wir haben kein Schild mehr. Wir müssen jetzt auf Nummer sicher gehen. Vielleicht hätte sich das sogar mit den... Ja, er währt ab. Jetzt sehen wir es ja gleich. Ob wir es geschafft hätten, ihn niederzuringen, bevor er seinen Move einsetzt? Nein. Das heißt, er wird mich wahrscheinlich jetzt umbringen. Außer Fokusstoß haut nicht so krass rein. Ne, wir sind tot. Jetzt müssen wir den Rest ganz kurz machen. Ist er schon tot? Und jetzt hier... Einmal noch, komm, einmal Unheil... Nein! Einmal Unheilböen, dann wäre es doch gewesen, aber... Komm, wir haben noch volle Energie, der ist nicht so krass. Der kann nichts machen. Guck. Was macht er? Nix. Wusste ich doch. Also Unheilböen zum Steak. So einfach geht das. Muss ich sagen, ja, mit dem Toggle-Kiss am Anfang hätte ich viel mehr Probleme gegen die Yalga gehabt. Hätte ich dann auch Probleme gegen Metacross gehabt. Jetzt hat das Sackjahn im Prinzip fast beide ausgelöscht. Und dann war es egal, wenn ich sehe, dass mein Giratina reinkommt. Er ist sofort wechselt. War mir klar, der muss ja was Gutes jetzt gegen das Giratina nehmen. Also wechsle ich auch. Hat auf jeden Fall super funktioniert gerade. Und wie gesagt, er ist noch nicht auf 50. Wenn der Sackjahn nochmal zurückkommt und dann auch als Shiny eingeführt wird, wo man das Shiny jagt und dann noch ein paar XL Bonbons mitnimmt, dann kann der ruhig auch auf 50 gehen. Und das ist also eine feine Sache. Dann ist der noch stärker, dann wird er noch höher, dann geht das richtig ab. So, was haben wir jetzt hier? Weiß ich nicht. Gucken Sie uns einfach mal an. Wir machen Knuddler. Komm, wir machen Knuddler. Wenn wir irgendwann dazu kommen, Knuddler zu machen. Da ist Knuddler. Aber Knuddler habe ich ja... Oh mein Gott, Fee. Das habe ich ja noch nie gemacht. Einen Feen-Charge-Move. Der haut auf jeden Fall rein. Lassen wir es jetzt auch einfach mal durch. Was kann er denn schon großartig machen? Drache gegen mich. Müsste ja nicht so gut sein, weil ich gegen ihn gut bin. Sandgrab. Bööö. Macht ja gar nichts. Ist ja voll doof. Meine Verteidigung sinkt. Ich würde nur gucken, dass wir vielleicht den jetzt hier mit den Quick-Moves... runter kämpfen. Aber das zieht sich halt ein bisschen. Stand Pauke. Er hat auch nochmal Sandgrab. Aber wundert mich, dass er nicht wechselt. Warum wechselt er nicht? Hat er was zu verbergen? So, was nimmt er jetzt hier rein? Was nimmt er rein? Stahl hat er jetzt. Jetzt hat er Melmetal am Start. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich mit unserem Kampf-Move hier alles geben. Aber jetzt wird er sicherlich abwehren. Selbst den lässt er durch. Und wir haben sogar nochmal Nahkampf fertig. Können direkt nochmal draufhauen. Also wenn er jetzt nicht abwehre, dann weiß ich nicht, wo er seine zwei Schilder noch hinpacken will. Jetzt hat er abgewehrt. Kriegen wir vielleicht nochmal Nahkampf voll. Wir haben auch noch zwei Schilder. Also wir sind übelst im Vorteil. Wir können das eigentlich gar nicht verlieren. Egal was er macht. Wir werden jetzt alles ab. Denn wir haben schon wieder Nahkampf voll. Der wird jetzt sein letztes Schild rausrücken. Muss er. Wir haben auch noch ein Schild. Vielleicht kriegen wir nochmal Nahkampf voll. Und dann haben wir wieder zwei Pokémon besiegt mit dem Sackjahn. Er macht gerade nichts. Er hat ein Garados. Aber bevor ich sterbe. Dann lassen wir es durch. Sterbe mal. Lassen wir es durch. Komm. Du hast uns gute Dienste geleistet. Wir hätten zwar jetzt wieder was voll gehabt. Aber wir lassen dich jetzt mal durch. Und wir holen gleich unsere... Ach nein. Er hat ja sein Schild noch. Habe ich ganz... Er hat doch noch sein Schild. Jetzt habe ich gedacht, ich kann dir was gut machen. Aber... Naja. Es kann dir jetzt wieder hier... Knirscher... Knirscher, Wutanfall, irgendwas. Nassschweif. Dann mach Nassschweif. Habe ich auch nichts dagegen. Und ich sehe es ruckelt. Es ruckelt sehr stark. Also dieses Ruckeln ist bestimmt nicht schön für euch. Weil ihr dann kaum mitkriegt, was ich hier mache. Weil nur die Hälfte übertragen wird und angezeigt wird. So, jetzt müsste er aber gleich tot sein. Wir können schon mal ein bisschen sammeln für den Nächsten. Achso. Für den Nächsten. Es ist gar kein Nächster da. Ja, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Und er hat ein Schild mit ins Grab genommen. Aber das war auch... Sah aus wie ein leichtes Match. Bin ich mal gespannt. 4.151. Das Gute ist, jedes Pokémon, was ich jetzt hier im Team habe, könnte ich anlegen als Buddy. Und es hätte einen WP-Boost. Weil jeder davon eben ein Best Buddy ist. Mein Ziel, wie gesagt, ist jedes Mal mindestens auf Rang 20 zu kommen. Für die Top-Lade-TM, obwohl ich mittlerweile gar nicht mehr weiß, für was ich die jetzt eigentlich nehmen soll. Aber... Oh, jetzt. Oh, oh, shit. Jetzt hat er uns aber... Ja, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich nichts gegen Torgekiss. Jetzt machen wir diesen. Einfach mal, weil er gerade voll war. Vielleicht sagt er sicher, ah, ich habe Angst. Der will mich angreifen. Ja, er wehrt ab. Und vielleicht wäre er jetzt gleich dann nicht mehr ab. Oh mein Gott, doch, ich mache den... Ich weiß es nicht. Jetzt hätte ich eigentlich vielleicht doch auf... Der Knudler war fast voll, aber ich habe gesehen, das zieht so viel jetzt bei mir ab, weil meine Verteidigung gesunken ist, dass er mich gleich umbringt. So, Torgekiss hat nichts mehr. Sehr schön. Aber was mache ich? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss es... Ich muss es mit Dialga jetzt rocken. Dialga mit... Patronhieb. Lassen wir mal durch einmal. Scheiße, der hat ja Flammenwurf. Ja, ich habe... Meins hat, glaube ich, keinen Flammenwurf. Mein Torgekiss. Doch, mein Torgekiss hat auch Flammenwurf. Sorry. Habe ich mich jetzt vertan. Ja, jetzt hat er natürlich gewechselt. Und genau dann habe ich wieder drauf gedrückt und habe das nicht geschnallt. Jetzt kommt er da mit seinem Blöden rein. Jetzt gehen wir mal zurück. Jetzt wechseln wir natürlich auch. Wir brauchen dich nämlich hierfür. Jetzt nehmen wir einfach alle Moves mit, die wir haben. Wir haben noch zwei Schilde. Die müssen wir jetzt so raushauen. Sonst wird das nämlich nichts mehr. Denn den Patronenhieb... Eisenschädel... Den Stahl-Move hätte ich auf jeden Fall gebraucht. Für das andere Ding. Den habe ich jetzt halt nicht. Hä? Jetzt ist auch noch Knackrack da. Will der mich verarschen? Wieso habe ich denn jetzt gedacht, geil, den schieß mal weg und plötzlich kommt Knackrack um die Ecke. Ja gut, dann müssen wir hier halt jetzt alles geben. Ich weiß auch gar nicht, wieso der kaum Schaden macht bei mir. Hat der etwa... Hat der keinen Drachen-Move als Quick-Move oder was? Was macht der da? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der da macht. Ah, die schlägt dich, genau. Und jetzt hier Wutanfall, hä? Ja, Wutanfall. Der wechselt schon wieder. Da blickt auch keine Sau durch. Komm, mach mal einmal einen Spukball hier drauf. Wenigstens, dass du da noch was gemacht hast. Und wenn wir unser Dialgang noch gegen das Knackrack haben, das dürfte vielleicht sich noch ausgehen. Das ist auch hier fast weg. Jetzt, los, los, los. Nein, jetzt sitzt du in der Attacke. Der Adi lenkt mich total ab mit seinem Rumgeschlecke am Fell. Da mag man gern das Fell sein. So, du bist jetzt hier weg. Und du... Kriegst jetzt noch einmal Unheilböen um die Nase gewedelt. Das sage ich dir. Was ist dann der dritte Sieg? Das heißt, wir haben schon mal wieder die Pokémon-Belohnung hier auf dem Rang fertig. Beziehungsweise, man hat die ja mehrmals. Du brauchst ja 100.000 Kämpfe mittlerweile. 100.000 Siege, um überhaupt aufzusteigen. War schon ein bisschen härter. War ein bisschen härter. Woran jetzt die Härte lag, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich kann mich nämlich nicht mehr an den Anfang erinnern. Achso, weil da ein Togekiss drin hatte. Damit habe ich nicht gerechnet. Das Togekiss hat mich überrascht. Jetzt kämpfen wir gegen den Daredevil. Wer den kennt? Aus der Marvel-Serie. Und ein Mewtwo. Mewtwo müsste doch jetzt wieder passen, oder? Hier, wir sind sehr effektiv. Das sieht gut aus. Das ist immer so... Ich würde ja auf Knudler gehen, aber Knudler braucht es so lange. Und dann wäre das auch sicherlich wieder ab. Aber wir probieren es jetzt mal. Wir gehen nicht auf... Wir gehen nicht auf Nahkampf. Wir sagen, wir gehen nicht auf Nahkampf, weil Nahkampf schwächt uns so immens. Jetzt wäre natürlich Nahkampf wieder besser gewesen. Jetzt macht er ihn hier. Vielleicht überleben wir es ja, bis wir nochmal auf Nahkampf kommen. Das ruckelt so sehr. Nicht nur, dass ihr nicht seht, was da passiert. Selbst ich sehe es kaum. Und weiß, was abgeht. Wir haben wenigstens noch einen Nahkampf jetzt rausgebracht auf das Metagross. Und ihr wisst genau, er hat ja gerade gewechselt. Er kann nicht nochmal wechseln. Wir könnten den Rest also fix mit dem Giratina machen. Ohne Moves einzusetzen. Ohne zu schilden. Einfach alles durchgehen lassen. Sternenhieb. Kannst du gerne machen. Hol mal dein... Jetzt muss ich trotzdem schilden. Das sind zwar alles umsonst. Er holt bestimmt gleich... Komm, er holt Mewtwo zurück. Mewtwo hat nicht mehr so viel. Da können wir auch hier Unheilböen machen. Ist das überhaupt jetzt das Mewtwo? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er hat. Aber wir greifen es erst mal an mit Unheilböen. Ungefähr so. Nein, jetzt ist es nicht. Es ist was anderes. So, das zu lassen ist eigentlich Quatsch. Wir gehen jetzt mal hier drauf, weil er hat ja eh kein Schild mehr. Wir haben aber noch eins. Wir können ihn also jetzt schön mit den Charge Moves, äh, mit den Quick Moves runterbatchen. Wehren halt einfach mal ab. Und haben dann vollen Move gegen sein Mewtwo. Außer das Mewtwo greift uns an, weil es auch einen vollen Move hat. Ne, hat es nicht. Ah, das ist, jetzt wechselt er auch schon wieder. Das ist ein wildes Hin und Her gewechselt die ganze Zeit. So, einfach mal einen Eisenschädel hier drauf. Jetzt mach mal Batsch, Batsch, Batsch. Los, zeig uns was. Ruckel die Katz. Oh mein Gott. Das ist wirklich, ich bin wieder über WLAN verbunden. Das merkt man sofort. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch herrlich aus. Ne, sieht's nicht. Jetzt hat er nämlich, na gut. Aber gut, dass er jetzt seinen Move macht. Das heißt, er kann eigentlich gleich keinen Move mehr machen. Und wir müssten eigentlich mit unserem Giratina jetzt hier den Rest haben. Und wenn wir hier reinkommen, vielleicht schaffen wir es ja mit dem Unheilböen hier den Rest zu machen. Ich weiß gerade nicht, wie viel das Dragoran noch hat. Und es reicht. Es reicht, es reicht. Genau, und jetzt steigt der Angriff und die Verteidigung stark an bei uns. Also, Unheilböen, trotzdem immer noch coole Sache. Manchmal denke ich, vielleicht brauche ich den Spukball nicht. Vielleicht kann ich den austauschen und doch noch einen Drangenmove da dran hauen. Weil ich setze ja meistens eh nur Unheilböen ein. Und Spukball kommt gar nicht zum Einsatz. Also, vielleicht... Ne? Weiß ich nicht. Juanes, ne? Der Hannes. Aus Ungarn. Der Juanes. 4-1, 4 irgendwas. Hier ist ein Dragoran am Start. Dragoran, Dragoran. Dragoran. Das ist ein Krypto. Das macht ein bisschen Schaden. Wir nehmen einfach jetzt hier mal den Knuddler, den wir ja so gern machen. Gucken wir uns das jetzt hier mal an, was der so macht. Einfach fabelhaft sogar getroffen. Er wehrt ab. Okay. Das sagt mir ja, wenn er ab wehrt. Ich wehre auch einfach mal ab, weil er hat zuerst sein Schild rausgenommen. Da kann ich in Ruhe auch mein Schild rausnehmen. Denn das Sackjahn brauche ich noch ein bisschen. Das ist wirklich genial. Wie wenig Schaden der macht. Hat sich richtig gelohnt, so einen Krypto-Dragoran zu nehmen. Hier. Zack. Nochmal. Oh mein Gott. Werden wir nochmal ab? Wir werden nochmal ab. Komm. Wir werden nochmal ab. Und jetzt, kurz bevor ich meinen Move machen kann, wechselt er bestimmt aus. Das macht er ja immer so. Nee. Wir sind auf dem Knudler. Und. Zack. Und er kommt mit. Stahl. Psycho. Nein. Lass mich einmal. Einmal den Nahkampf machen. Genau. Damit hat er nicht gerechnet. Dass jetzt hier noch was kommt. Ich hätte wechseln können auf Giratina. Aber wenn ich wechsle, dann wechselt er ja vielleicht auch. Also, lasst mich einfach sterben. Dann kann ich immer noch mein Giratina reinholen. Und wenn er jetzt wechselt, sobald er wechseln kann, weiß ich ja, dass er was gegen das Giratina hat. Und kann wieder das andere Ding hinterher holen. Erdbeben kannst du machen. Das ist okay. Das nehme ich jetzt hier alles mit. Hoffe ich. Ja. Habe ich mitgenommen. Jetzt können wir einfach mal Spukball machen. Auf das, was übrig ist. Da ist nämlich jetzt noch ein Melmetal am Start. Das sieht gut aus. Aber diesmal, jetzt war es doch gut, dass ich den Spukball habe. Weil der Spukball ja doch mehr Schaden macht. Ich weiß nur nicht, ob ich den Rest hier noch durchhalte. Einmal Unheilböhn. Oh, ich glaube, der lädt auf für Kraftkoloss. Der lädt auf für Fokusstoß. Der lädt auf für Hyperstrahl. Der lädt... Irgendwas macht der. Ich weiß nicht genau was. Angriff steigt. Verteidigung steigt von uns. Jetzt hätte ich gerne gewechselt und das Dialga rein. Dass das Dialga die Attacke frisst. Steinhagel. Ja gut. Warum wollte ich wechseln? Weiß es nicht. Wechseln wird überbewertet. Hört auf zu wechseln. Jetzt sind wir tot. Oder? Wir leben noch. Wir leben noch. Und noch ein Unheilböhn. Also warum haben wir eigentlich drei Pokémon dabei? Wenn doch zwei reichen. Also brauchst du nicht. Nimmst du hier. Gehst du weg. Haust du ab. Fertig. Ein Dialga komplett voll. Wurde gar nicht benutzt. So, war das jetzt schon der fünfte? War das der vierte? Ich weiß es nicht. Jetzt muss mir mal einen Bader brasieren. Wie Juri muss ich aussehen nächste Woche. Genau. Und es war der... Der... Fünfte. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und hier. Pokémon Belohnung am Schluss abgeholt. Ein Noctu. Was es ja jetzt auch als Shiny gibt. Also wenn ihr jetzt ein Hut-Hut fangt. Das kann ja jetzt Shiny sein. Ohne. Den Party-Hut. Und deshalb entwickelbar. Ist ja jetzt durch das Neujahrsevent eingeführt worden. Und kann natürlich jetzt auch ohne Party-Hut weiterhin Shiny sein. Und dann halt entwickelbar. Und das habe ich eben schon gesagt. Jetzt sage ich es nochmal. Und wenn wir jetzt nochmal ein Fünfer... Eine Fünfer-Serie durchziehen. Dann sind wir bestimmt schon im nächsten Rang. Also bis jetzt muss ich sagen... Sack-Jan macht eigentlich eine gute Figur. Wie wäre es denn, wenn ich Sack-Jan und gleichzeitig... Togekiss reingeholt. Dann habe ich ein ABB-Team. Beziehungsweise ein BBA-Team. Und dazwischen noch Giratina. Mit noch einem Kampf-Move drauf. Kampf-Move. Nein, mit einem Drachen-Move drauf. Dann fühlt es sich aber so an, als hätte ich einfach... Zehn Konder gegen Stahl-Pokémon und sonst nichts anderes. Obwohl, es ist ja dann gegen Stahl. Und gegen Drachen-Pokémon. Weil der ist ja hier schon gut gegen Stahl. Giratina dann auch gegen Stahl. Ja, was der andere Typ da macht, weiß ich nicht. Verteidigung sinkt stark. Egal. Wir können ihm auf jeden Fall schnell seine Schilder rausloggen. Und da die Verteidigung so stark sinkt, ist es besser vielleicht jetzt ein Schild zu nehmen. Eisenschädel. Ich wüsste jetzt nicht, wie viel das reinknallt. Beim Togekiss knallt es sehr rein. Liegt das jetzt am Feentyp? Liegt das am Flugtyp? Ich weiß es nicht. Hier ist sehr effektiv. Das sieht gut aus. Der wechselt einfach raus. Gut, wenn er rauswechselt, pass auf. Versuchen wir mal, auf den Knuddler zu gehen. Vielleicht rechnet er nicht damit und denkt, wir haben nur den einen Move und können das Palker auch ausschalten. Nassschweif. Hat er sich wieder den Besten rausgesucht. Aber nicht mit mir. Guck an. Ich glaube, Sakya. Ich habe Sakya noch nie als Gegner gesehen irgendwo. Alter Schweizer. Er reißt einfach alles mit. Los, hol doch dein erstes Pokémon zurück, Bruder. Guck dir das an. Weg. Und. Ich lebe immer noch. Wieder zwei ausgeschalten. Mewtwo. Nimm der sein Schild? Nimm der sein Schild? Er nimmt sein Schild. Das ist sehr schön. Nimm ruhig dein Schild. Kein Problem. Wir sind ja hier trotzdem sehr effektiv. Wir gehen einfach nochmal da drauf. bis er es schafft, uns zu besiegen. Vielleicht muss er verzweifelt seinen Move jetzt anwenden. Ich habe Angst, wenn ich jetzt aufs Giratina gehe. Mach halt dein Move. Nein, mach dein Move nicht. Ja, aber wir probieren es mit Giratina. Wenn er mit Spukball angreift, sind wir bestimmt tot. Vielleicht greift er mit Psycho-Stoß an. Wir sind nicht tot. Und es ist ein Spukball-Flatsch. Aber, wir haben noch was übrig. Unheil-Böen war doch voll. Der hat jetzt gut gefarmt. Hat er fein gemacht. Jetzt. Dialga. Dialga ist noch fett und groß. Dialga macht jetzt den Rest. Kaum Anstrengung da bei Dialga. Aber Sackjahn hat mich schon wieder überrascht. Macht er wirklich einen guten Job. Egal, ob da ein Drache steht. Egal, ob da ein Mewtwo steht. Ich finde das total komisch. Der hat einen Kampf-Move gegen Mewtwo gemacht. Und es hat trotzdem übelst viel abgezogen. Wie geht das denn? Das ist doch Psycho. Eigentlich müsste das doch... Verstehe ich nicht. Also Sackjahn ist der neue Boss. Der muss unbedingt auf 50. So, Sackjahn und Grauton. Jetzt haben wir wieder was. Da habe ich gar keine Ahnung. Also Boden. Ich schild jetzt einfach mal ab. Giratina vielleicht. Giratina schwebt blöd in der Luft rum. Der kann ja bestimmt Feuerschlag. Der kann Feuerschlag. Und gleichzeitig kann er aber noch... Ähm... Gleichzeitig kann er noch Erdbeben. Das ist beides nicht gut für meinen Dialga. Also den würde ich schon mal überhaupt gar nicht reinpacken. Also der muss auf jeden Fall draußen bleiben. Hier macht es eigentlich eine relativ gute Figur. Mit dem was es macht. Ich glaube ich würde ihn auch auf jeden Fall jetzt nochmal schilden. Schilden, weil mit der einfach gerade zu wichtig ist. Feuerschlag, genau. Und komm, wir sind doch gleich fertig. Und können nochmal einen Nahkampf machen, oder? Machen wir noch einen Nahkampf. Entweder muss er schilden und er hat auch kein Schild mehr, genau wie ich. Und das böse Grauton ist weg. Das habe ich sonst auch immer mit Toggekiss besiegt. Und wenn Kyogre da war, war auch genauso. Es war immer übelst dasselbe. Es war alles dasselbe. Egal was war, es war immer dasselbe. Jetzt hier schon wieder Nahkampf. Und den Nächsten drauf gebrutzelt. Was irgendwie auch sehr gut wirkt. Zack, sehr effektiv. Und er wechselt schon wieder. Jetzt auf Toggekiss. Na dann wisst er doch, dass wir am Arsch sind, wenn wir jetzt mit... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir sind am Arsch, wenn wir mit Giratina reinkommen. Wir könnten aber versuchen, den Eisenschädel durchzubringen. Er hat noch ein Schild, er kann abwehren. Vielleicht schaffen wir aber einen zweiten Eisenschädel und er hat kein Schild mehr. Das wäre noch eine Option. Ich muss mal... Ich wollte wechseln jetzt eigentlich, damit der Move auf Giratina geht. Aber gut, dann hätte er ja Giratina auch umgebracht. Oh mein Gott. Er hat Antikkraft gemacht. Und es macht halt einfach gar keinen Schaden. Und wir sind tot. Kurz bevor wir unseren Move machen können, sind wir tot. Wie kann das sein? Jetzt schaffe ich es nicht mehr. Er bringt mich um mit einem Toggekiss. Ich muss Toggekiss wieder in mein Team holen. Das ist viel zu gut. Und Antikkraft. Dass es jetzt hier drei Jahre lädt, ist eigentlich kein gutes Zeichen. Das sieht dann immer so aus wie... Aha, gleich wieder Verbindung verloren. Geht nichts mehr. Es hat auch einfach überhaupt gar nichts angezeigt beim Schaden. Und jetzt ist es... Der hätte nicht sein müssen. Der wäre bestimmt beim nächsten Drücker tot gewesen. Ich hätte den Move mitnehmen können. Aber wer weiß, vielleicht hätte er auch einfach nochmal einen Move gemacht. Obwohl, sein Move war ja gar nicht das Problem. Also ich glaube, ich habe es verkackt. Und jetzt ist der gleich fertig und ich kann nichts mehr machen. Siehst du, so genau hätte ich meinen Move noch gehabt. Hätte ich den Move noch gehabt. Ich habe den Move nicht gehabt. Felswerfer, weg. Also ich hätte es gewinnen können. Hätte ich drauf vertraut. Weil hätte er jetzt... Hätte der einen Charge-Move gemacht mit dem Togakiss, das hätte mir doch eigentlich gar nichts ausgemacht. Wieso habe ich da meinen Move rausgeballert? Ich hätte warten können. Er hätte seinen Move vielleicht gemacht. Ich hätte es überlebt. Und wenn er ihn nicht gemacht hätte und wäre gestorben, dann wäre er ja auch weg. Und ich hätte schon meinen Unheilböen noch einmal gehabt. Direkt auf das Rihonjau drauf und dann wäre es sicherlich auch umgefallen. Es war ganz knapp. Es war leer. Es war fast wieder voll. Also es ist so viel Zeit vergangen. Das hätte ich theoretisch in Ruhe machen können. So. Yo, Me-Metal. Yo, Me-Metal. Yo, Me-Metal. Yo. Was hat er? Ich weiß es nicht. Steinhagel wieder. Hm. Steinhagel. Okay. Machen wir trotzdem mal hier einen A-Kampf. Den ersten können wir ja durchlassen. Dann zieht es ja sowieso alles mehr ab bei uns. Also müssen wir es vielleicht dann ein bisschen schützen. Lassen wir jetzt hier den einmal durch. Vielleicht wechselt er auch gleich. Mir kommt es übrigens so vor. Jetzt würde der A-Kampf beim zweiten Mal einfach immer deutlich schneller voll sein als beim ersten Mal. Ist das so? Oder woran liegt das? Oder wie kann man sich das erklären? Oder ist es, weil ich nur großartig gemacht habe, statt einfach fabelhaft, dass noch Energie übrig war, weil nicht alle verbraucht war? Oder, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. So. Schön, dass ich immer noch sehe, was das letzte ist, aber nicht sehe, was das neueste ist. Jetzt mache ich einfach trotzdem wieder einen A-Kampf, weil das vorhin eigentlich so gut funktioniert hat. Und ich Angst habe zu wechseln. Obwohl ich ja eigentlich dann das Giratina reinholen würde. So. Er kann mich jetzt also umbringen und wir kommen jetzt mit dem Giratina rein, denn der hat ja auch hier schön seine Geister-Taggen. Wir haben noch... Wir lassen es mal durch. Der wird schon... Genau. Der wird keinen Spukball haben, der wird was anderes haben. Jetzt gehen wir auf Nummer sicher. Vielleicht nimmt er ja noch ein Schild. Hätte vielleicht auch gereicht durch die Quick-Moves. Ich weiß es nicht. Hätten wir uns den Move wieder aufheben können. Keogra am Start. Hier muss ich jetzt Schilde rausloggen. Ich habe noch keinen gesehen, der Kyogra irgendwie mit Blizzard gespielt hat oder so. Ja, eins ist weg. Der braucht auch ewig zum Aufladen. Können wir das Zweite nehmen. Also vielleicht... Wir können ja auch noch schilden. Vielleicht nimmt er jetzt auch ein Schild und das Zweite ist weg. Ansonsten frisst er ein bisschen was. Er schildet auch. Er schildet zum Zweiten Mal. Ja, und jetzt versuche ich gerade auf Spukball zu gehen. Und habe die Befürchtung gehabt, dass ich sterbe, weil es wieder hängt. Es ist nur noch ein Vierzigchen. Spukball ist eigentlich voll. Und? Drück Spukball rein! Oh, und er ist tot. Er ist tot. Er ist sinnlos tot einfach nur. Der war doch schon vor... Der Spukball war voll, bevor er sein Move eingesetzt hat. Der Spukball war voll, bevor ich mein Schild eingesetzt habe. Aber es hat alles funktioniert. Das hat ihn einfach nicht gejuckt. Komm, hier nochmal auf Nummer sicher gehen. Man weiß nie, was passiert. Ist sicherlich unnötig. Hätte auch so gepasst, aber trotzdem. Das ärgert mich jetzt. Das hätte gar nicht mehr zum Dialga kommen müssen. Hätte ich Unheilbögen genommen. Beim Giratina wäre der sicherlich auch durch. Und das hätte so gepasst. Das liegt bestimmt an der komischen Mütze, die der aufhört. Da würde ich auch sagen, nein, danke. So, weiter. Giovanni. Heißt immer noch so, weil ich da ja eigentlich mein Team immer wähle, was ich gegen Giovanni benutze. Aber Giovanni momentan nicht da. Nicht am Start. Außer für die Leute, die noch ein super, mega, duper Rocket Radar haben. Dragoran ist am Start. Dragoran. Kennt ihr Dragoran? Jetzt wieder die Frage, was macht er? Sollen wir auf Knudler gehen? Gehen wir nicht auf Knudler? Es ruckelt wieder. Wie sauer. Lässt er es durch? Schildert er ab? Macht er was anderes? Er sieht jetzt, wir haben Knudler. Okay. Das heißt, ich würde wahrscheinlich jetzt... Nein, ich gehe nicht beim zweiten Mal auf Kampf, oder? Dann haben wir ja wieder weniger Verteidigung. Orkan. Okay, warte kurz, ich gehe auf... Boah, was hat er denn jetzt wieder gemacht? Jetzt bin ich aber auf Nahkampf. Jetzt hat er rausgewechselt, wieder auf irgendwas. So schnell kann ich doch nicht gucken. Zack, hier, Krypto-Stinkfuß ist drin und... Giratina. Giratina, du machst das. Ich vertraue dir. Wir nehmen auch schon mal... So, ich sage, wir nehmen auch schon mal Unheilböen. Aber so? Komm, lass durch. Lass durch, lass durch, lass durch. Jetzt hätte ich Unheilböen gar nicht mehr genommen, aber das ist natürlich eingeloggt. Nicht so wie Spukball vorhin wurde. hunderttausend Mal draufdrückst und es trotzdem nichts wird. So. Da sind sie schnell mit einloggen. Ja, ja, ja. Dragoran, du alte Sau. Warum habe ich nicht gewechselt? Ich meine, ich habe doch noch mein gieriges... äh, mein Dialga. Das Dialga, das kann ich jetzt hier das in Ruhe machen. Ja, schilde mal ab. Weil wenn du jetzt frisst... Du hast ja Schilder. Die Energie brauchst du noch. Wer weiß, was noch auf dich zukommt. Vor allem dich ein bisschen hoch. Kannst du es so machen. Im nächsten da reinkommt, Melmetall. Melmetall ist nervig. Wieso hat er noch Melmetall, Mann? Immer diese ABB-Hörnchen, ja. Ich hätte ja keinen Dragomedior genommen. Aber den hätte er dann geschildert und dann wäre ich wieder tot. Und deswegen dann lieber doch nicht. Also vielleicht mache ich es jetzt beim zweiten Mal. Wenn er es sowieso nicht schildert, weil er keinen Bock hat zu schilden. Aber vielleicht schildert er beim zweiten Mal. Kommt, wir probieren es einfach. Nicht? Ja, Graf Koloss. Klar, ganz Jahrhundertmal hintereinander machen. Jetzt lass mich einmal Dragomedior durchbringen. Komm. Vielleicht schildest du nämlich nicht. Und ich kann damit wenigstens noch ein bisschen Schaden machen. Mehr als mit Eisenschädel. Und? Ja, er schildert natürlich jetzt. Ist das ein dämlicher? Schlau ist er. Auf jeden Fall. Der dämliche. Kraftkoloss. Weil ich sonst nichts kann. Achso, ich bin schon... Ich habe ja gar keinen mehr. Ja, komm, er war der Bessere. Weil er halt Stahl nimmt. Und ich nichts mehr hatte. Dadurch, dass er mit seinem Dragoran alles kaputt gemacht hat. Ach, dieser Mustard-Man und dieser komische Skeledor-Biest-Man. Kennt ihr Brandon Dicamillo? Grüße gehen raus. Von was redet er? 50 Dosen. Hat er Sack ja an. Ja, da wüsste ich jetzt aber auch nicht, ne? Wer den Hund zuerst frisst. Ich gucke einfach mal, was der macht. Was er für eine Taktik hat. Dann gucke ich mir meine Taktik an. Er wehrt ab. Super. Dann wehre ich am besten auch gleich ab. Weil wir ja nichts zu verlieren haben. Stromstoß, hat auch irgendeiner gesagt. Kannst du auch Stromstoß machen. Verteidigung sinkt auch. Egal, was du machst. Ob du Stromstoß machst oder was anderes machst. Verteidigung sinkt halt auf jeden Fall. Wieso, bitteschön? Darf der jetzt schon wieder angreifen? Wieso wechselt der jetzt schon wieder? Wieso bin ich jetzt nicht dran? Das ist doch alles Mist, was der macht. Der darf zweimal hintereinander. Jetzt wollt ihr wieder sagen, ja Stromstoß. Das ist schneller aktiv als das andere. Das kannst du zweimal machen in der Zeit, wo du Nahkampf einmal machst. Deswegen sage ich ja, nimm Stromstoß. Da kannst du rumspammen die ganze Zeit. Ja, so sah es auch aus. Weil ich jetzt nicht weiß, ob der Spukball macht oder Unheilböen oder was anderes. Unheilböen. Ich glaube, bis ich jetzt Unheilböen voll habe und ihn angreife, vielleicht ist es dann auch schon vorbei für ihn. Außer er darf wieder eher angreifen als wir. Ah, es hängt wieder, weil es gehangen hat. Weil es einmal gehangen hat, ist er schneller dran. Ich schwöre, es lag nur daran. Einmal der Bildschirm gehangen und schon kann er eher angreifen. Und haut natürlich einen Spukball raus. Genau. Und jetzt war es bei mir voll, aber es geht ja natürlich nicht, weil der ist ja schon. Halt doch die... Es ist doch nicht mehr feierlich. Aber das liegt ja nicht am Surfer. Das liegt ja jetzt am Handy, denke ich mal. Da kann ja jetzt ein Argentik nichts dazu. So, du willst was machen? Dann haue ich dir jetzt ein Dragomete... So, ich sage, ich haue dir jetzt ein Dragometeor um die Ohren, aber... Irgendwie ging der nicht mehr. Der Dragometeor hätte ihn nämlich jetzt komplett vernichtet. Zum Kampf komme ich auch nicht mehr. Eisenschädel auch durch. Er hat noch alle drei Pokémon. Was ist denn los? Und das lag nicht daran, dass er wirklich so heftig gut war. Meiner Meinung nach hauptsächlich gerade... Hier, gucken wir mal... Was ist denn? Sind jetzt schon fünf Kämpfe um, ja? Ja, wir haben gerade mal zwei gewonnen. Guck mal, es hat sich kaum gesteigert. So gemein, was die da machen. Ja, egal. Wir drücken jetzt einfach weiter durch. Vielleicht sollte ich mir anstatt eine neue Kamera... Vielleicht sollte ich mir einfach ein neues Handy kaufen. Ein neueres, ein besseres, ein flüssigeres... Und dann gewinnst du automatisch in der GBL mehr Kämpfe. Weil das ist wirklich so. In dem Moment, da fliegt das Zeug durch. Und du willst das antippen. Oder jetzt hier. Drei. Und es läuft ja in der Zeit weiter. Ja, es läuft ja in der Zeit trotzdem weiter. Und dann hast du schon gar keine Energie mehr. Weißt gar nicht warum. Und es ist schon wieder voll. Wie kann man denn bitte schön so schnell... Seinen Move voll haben? Aber ich hab meinen ja auch voll. Ja, dann scheint es wohl doch so zu funktionieren. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall... Hier auch mit dem einfach fabelhaft. Klappt ja auch nur... Klappt ja auch nur mit dem einfach fabelhaft, wenn der Bildschirm nicht kurz ruckelt. Denn sonst kannst du die im Moment nicht drücken und verpasst einige. Und dann wird das auch nichts. Das ist genau so. Ich finde das wirklich schlimm alles. Ich finde das so schlimm. Ich verstehe. GBL macht Spaß. So. Nicht sehr effektiv. Verteidigung sinkt. Das ist sehr schön. Das ist okay. Aber jetzt können wir ja das Giratina reinholen. Können uns gleich mal angucken, was er schönes für uns noch hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt darf er natürlich angreifen. Aber okay. Wir werden das abmachen. Unheilböen. Wo ich jetzt wieder sagen würde, ich brauche jetzt Unheilböen gar nicht mehr. Aber Unheilböen ist halt schon eingedrückt. Wo ich es jetzt gar nicht mehr bräuchte. Er wäre doch eh nicht ab. Wäre ja Quatsch, wenn er jetzt ab wäre. Dann würde er sein Schild komplett vergeuden. So. Was kommt rein? Was mit Drache und Boden? Passt auf. Dann wechsle ich nämlich jetzt auch auf meinen Drachen. Weil das besser geht. Und sein bisschen Sandgrab rumgefummelt, was er da macht. Das ist mir auch egal. Schilden brauchen wir auch nicht. Als ob der jetzt hier Wutanfall hat. Erdkräfte. Oh oh. Wieso hat er Erdkräfte? Die anderen haben immer Sandgrab. Ja, weil Erdkräfte natürlich der C-Day-Move ist. Also hallo. War doch klar, dass der jetzt abgeht. Wie ein Zäpfchen. So. Du hast noch ein bisschen was. Ein bisschen was ist noch da. Zumpex Giratina. Ey, das Spiel übertreibt es komplett mit dem Geruckel. Selbst die Tonaussetzer sind da. Hier. Wo drückst du da rum? Wo ist da was? Immer noch einfach fabelhaft geschafft. Und er wehrt ab. Ich kann auch noch abwehren. Er macht einen Move. Ich wehr den Move ab. Ist mir jetzt egal. Ich will. Der muss weg. Der Rest muss aufs Knackrack. Hat er immer. Der hat nur noch Knackrack und ihn, oder? Ja. Komm, mach, mach, mach. Geh weg. Den überlebst du. Und dann Unheilböhn. Und dann Unheilböhn. Aufs Knackrack. Einmal drauf. Spukball wird nicht voll. Bis dahin bist du eh wieder tot. Also. Raus. Knackrack. Er kommt mit Knackrack. Und kann machen. Aber wenn ich jetzt nicht sterbe, dann kann ich auch auf Spukball gehen. Wutanfall. Und ich bin tot. Aber ich hätte, es lag nicht daran, dass der Gegner so gut war. Ich hätte es auch gewinnen können. Also das ist, äh, nicht unrealistisch alles. Hey, ich bin mit fast vollem Akku gestartet. Und bin jetzt nach 41 Minuten bei 59%. Das heißt, ich habe fast die Hälfte des Akkus jetzt verdillert. In nicht mal einer Stunde. Ist das normal. Ich glaube, ich brauche wirklich ein neues Handy. So. Knue. Knü. KFC. KFC in Knü. Knü ist die Abkürzung für Knü 1000. Torgekils. Das ist doch sehr schön. Weil ich jetzt wieder nicht weiß, was ich machen soll. Also nochmal einen Knuddler. Weil ich eh nichts anderes habe. So, nachdem es abwehrt, machen wir jetzt einfach einen Akkampf. Weil er ist ja gut drauf. Leute, die gut drauf sind, sind halt einfach die Besten. Guck. Die gehen hier nämlich am meisten auf den Sack. Na komm, jetzt wäre der nicht ab, oder was? Ist der denn komplett Mischugge? Lass mich wenigstens nochmal einen Move machen. Damit du schön deine ganze Energie gesammelt hast. Und hochgefarmt und gespammt hast. Und das machst du richtig fein. Und zack, nochmal. Ich würde mir, glaube ich, das Recht rausnehmen, jetzt mit die Jager reinzukommen. Und mich zu wundern. Dann kann ich ja auch wechseln, ne? Du bist doch hier wieder was mit Stahl und so. Ich weiß nicht genau, was der macht. Aber wenn ich denke, ich habe einen Vorteil, denke ich wenigstens, ich habe keinen Nachteil. Das ist so eine Denkweise. Die kann man sich mal aneignen. Kann ja nicht sein, dass beide im Vorteil sind. Also, nehmen wir jetzt natürlich hier Geist gegen seinen Stahl. Durften ja nochmal wechseln. Deswegen muss er auch abwehren. Er hat gar kein Schild mehr. Ich habe noch zwei Schilder. Und jetzt kann ich in Ruhe meine Schilde einsetzen, wenn er angreift. Bin eigentlich auf der sicheren Seite. Kann meine ganzen Moves mitnehmen. Kann alles auf Togekiss draufballern, was noch da ist. Alles komplett egal. Hier. Was willst du tun? Gleich ist er weg. Unheilböen müsste jetzt schon zweimal voll sein. Obwohl, lass uns lieber auf Spukball gehen. Weil Spukball ja auch voll ist. Er kann also nicht mehr abwehren. Hoffe ich. Nicht, dass ich es wieder falsch gesehen habe. So. Und. Da, Krei ist am Start. Na, da heben wir uns das Schild lieber auf. Hauen hier mal richtig drauf. Auch wenn das jetzt nicht so viel bringt. Kommen wir nochmal zum Unheilböen einmal. Ja, kommen wir auch. Das setzt ihn trotzdem noch ein bisschen unter Druck. Das heißt, er macht noch einen Move. Um was loszuwerden. Aber, ja. Nö. Und jetzt haben wir immer noch ein Schild. Und wir haben jetzt noch unser Dialga. Das ist auch sehr nett. Das heißt, wir schilden einmal ab. Und wir drücken die ganze Zeit jetzt auf Eisenschädel. Auch wenn er vielleicht gar nicht mehr zum Einsatz kommt. Vielleicht. Und, 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 und. Und, doch, Eisenschädel ist da. Und das passt. Das hätte so wenig Energie sein können, dass der Umfeld, bevor der Eisenschädel passt. Aber Eisenschädel ist am Start. Und. Zack. War sogar ein Shiny. Und da ist er, der Sieg. Der Chlorreiche. Das ist jetzt ein neues Fünfer-Set gewesen. Ja. Nee. Weiß ich nicht. Sehe ich dann. Aber ich bin noch so weit weg. Guck mal, hier haben wir 500 Kämpfe gemacht insgesamt. Andere sind da hier bei 1600 oder irgendwas. Und das dann in jeder Liga, wo ich überall hinterherhänge. Komplett. 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 Mhm. Mhm. Ich glaube, diese Folge ist übrigens, kommt dann am Sonntag, weil, ähm, Donnerstag habe ich ja den großen Medaillenvergleich mit Spieletrend und Statistikvergleich. Am Freitag ist ja dann der, äh, Community Raid für Heatran. Am Samstag der Community Raid mit dem Aero Kackdühl, Kacksprühl, den ich auch am Freitag schon mache, aber am Samstag halt dann hochlade. Und Sonntag ist dann Zeit für das hier. Und der hat wieder mal richtig fett reingehauen. Sehr genial. So, weil ich nicht, weil ich ja sonst auch immer mit Kyoko und so, allem hin und her, machen wir dasselbe jetzt hier nochmal in Spee. In grün. In grün Spee. Abgewehrt. Ja genau, wäre alles ab. Aber lass mich noch einmal meinen Move machen. Ich will wenigstens einmal sehen, wie der ausschaut. Ey, der frisst. Der frisst. Der Hund, der frisst. Keine, keine Sorge. Der hat immer Bockwurst dabei, aber... Nein! Und jetzt war's nix. Und er hat wieder abgewehrt. Das heißt, er hat eigentlich... Was hat er denn noch? Er hat gar nichts mehr. Da kann ich doch jetzt ganz beruhigt. Komm, wir nehmen mal die, Alga. Wir hauen da jetzt einfach drauf und gucken, was passiert. Und wir lassen sie auch einmal durch. Er kann doch eigentlich nur Surfer und... Donner. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ist okay, Surfer und Donner. So. Ein Eisenschädel ist voll. Surfer. Hm, 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 hm. Er ist tot. Und wen hat er noch dabei? Noch was hässliches mit Stahl. Ein Metagross. Komm, dem hauen wir jetzt hier einfach ein Dragomedia drauf. Komplett wurscht. Boom! Guck dir das an. Und schnell ein Eisenschädel hinterher. So, kriegst du den halt auch noch. Und wir haben sogar noch ein Schild. Und wir haben noch ein volles Giratina übrig. Also, was will er tun? Nichts. Und es war ein Krypto. Deswegen hat es auch so reingeschäppert bei ihm. Weil die haben ja nicht... Die haben ja viel Angriff, aber nicht so viel Verteidigung. Also Kryptos würde ich wahrscheinlich trotzdem eher für Raids dann meistens nutzen als für GBL. Aber ich kenne mich auch nicht aus mit GBL, also nutzt sie ruhig in der GBL. Da freue ich mich, wenn ich ein Krypto sehe, wo ich dann mal drauf schlotzen kann. Und... Ja. Zweiter Sieg. Zweiter Sieg. Ich denke mal, drei Stück braucht man vielleicht insgesamt für den nächsten Rang. Das hat sich ja kaum geändert beim letzten Mal. Zwei ist vielleicht zu wenig, aber drei könnte passen, dass wir in den nächsten Rang rutschen. Dann haben wir das ganze Video über gebraucht, um an einem Rang rumzuwühlen. Macho Mai. Mit Nahkampf kommen wir hier an. Ja, Knudler hätte ihn wohl komplett umgebracht. Aber Nahkampf haut übelst rein. Keine Ahnung, keine Ahnung. Scherox. Nahkampf. Ist doch auch Stahl dabei, oder? Haut doch auch übelst rein. Wenn er nicht gerade abwehrt. Verteidigung singt stark. Jetzt hat er wieder fünfmal abgerissen. Ich mache aber nochmal Schild. Vielleicht schaffe ich noch einen Nahkampf. Und dann hat er entweder gar kein Schild mehr, oder er haut übelst rein. Ich muss es nochmal sagen. Hau bitte übelst rein. Ein Nahkampf ist noch dabei. Und? Abgewehrt. Genau. So. Und jetzt kann ich doch eigentlich mit meinem Giratiner bestimmt Unheilböen rausspläddern. Wärme auch ab. Ich möchte volle Energie haben. Da kommt der hier Nachttieb um die Ecke oder so. Hm. Sprudelt mich die ganze Zeit hier ein. Schon wieder. Wenn er jetzt schon dran war, dann gehen wir jetzt aber auf Spukball. Das hat er sich jetzt selbst rausgesucht. Komm, ich drücke jetzt rechts. Wenn Spukball voll ist, kriegst du den. Dadurch, dass du mich so lieb hast, möchte ich dir auch das Ganze zurückgeben. Und nicht nur ein bisschen. Einmal Spukball mit Soße und ein Mach-O-Mai und fängt jetzt an und splittert da drauf. Der könnte natürlich jetzt wieder dem Dialga gefährlich werden. Also, oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Dialga. Komm, der hat Gegenstoß. Der hat keine Kampfmoves, außer die Quickmoves, aber die würde er jetzt nicht alle durchbringen. Der hat keinen Kreuzhieb mehr. Der hat nur noch Gegenstoß. Der hat nur einen Gegenstoß. Der hat einen Gegenstoß. Der hat einen Kreuzhieb. Das geht, ja. Da habe ich mir jetzt Schlimmeres erwartet. Oh, er hat noch einen Kyoka am Start. Drago Meteor schaffe ich nicht mehr. Okay, ich bin tot. Server? Nee, ich lebe noch. Drago Meteor! Ich war mir sicher, wenn ich Eisenschädel mache, der haut eine Kopfnuss drauf, aber wird nicht reichen. Und es bräuchte noch einen zweiten, aber ein Drago Meteor hat gereicht. Ich komme mir langsam vor wie der Profi, ey. Richtiger Pro. Da ist ja, hättest du es so gemacht, hättest du verloren. Hättest du einen Eisenschädel gemacht. Er hätte noch Energie übrig und hätte dich umgebracht, weil er hätte ja auch gleich wieder Folge gehabt. Aber diese taktische Überlegung, auf den Großen zu gehen, obwohl dir die Zeit wegrennt und er vielleicht dich vorher umbringt, er es aber nicht ganz geschafft hat und du ihn trotzdem mit dem großen Move umbringst, also das ist, das ist schon, das ist fast schon eine Taktik, ja, müsste man sagen. Naja, egal. 18, da komme ich auch noch hin. Alex-Sick-20. Alex-Sick. Alex-Sick. Warum ist Alex krank? Was hat er wieder gemacht, hä? Der kleine Alex-Sick. Es fängt an. Gegnerische Attacke. Es fängt an. Gegnerische Attacke. Sand-Grab. Ja, pass auf, dann kann ich ja jetzt hier auf Knudler gehen, wenn du nur Sand-Grab hast. Wenn du meine Verteidigung singst, das kann ich auch selber, wenn ich den anderen Move setze. Juppui! Guckt euch das an. Was ist ein Juppui? Ich weiß es nicht. Ja, mach doch nochmal Sand-Grab am besten. Ich wähl's mal ab. Ist mir nämlich zu blöd mit dem. Mach bitte was anderes. Naja, hat doch Sand-Grab gemacht. Naja, egal, 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 egal. Du bist... Mach's halt nochmal, aber das ist jetzt bestimmt nochmal Sand-Grab. Nervbündel-Sack. Und dann habe ich doch schon gleich Move, wenn dein Bruder kommt. Und dann müssen wir uns ganz fix entscheiden, was wir machen. Und wir gehen natürlich auf Nahkampf, denn es ist ein Dialga. Kein Diktar, ein Dialga. Der könnte jetzt hier schön Nahkampf abgewehrt. Nochmal Nahkampf. Komm, du hast nochmal Nahkampf dabei. Wehrt er den auch ab? Dann hat er nichts mehr. Aber wir haben noch einen Dialga für ihn. Er wehrt nicht ab. Er wechselt raus. Er geht auf Mewtwo. Nein! Na komm! Zack! Und letztes Schild. Auch weg. Perfekt. So wollen wir das haben. Dann können wir jetzt geschmeidig aufs Giratina. Wir können ein bisschen angreifen. Und mit einem Spukball den eigentlich wegfegen. Dafür schilden wir auch kurz. Damit unser Spukball voll wird. So. Er macht noch einmal. Wahrscheinlich wieder Psychostoß. Vielleicht reicht auch Unheilböen. Er kann ja eh nicht mehr abwehren. Ist das jetzt besser? Ich gehe auf Spukball. Gut. Das ging sich aus. Hätte auch noch hinten losgehen können. Hätte er jetzt nämlich nochmal Psychostoß gemacht. Wäre ich wahrscheinlich tot. So ist der Spukball vorher durchgekommen. Es ist halt immer so knapp. Es ist alles so arschknapp. Jedes Mal. Es entscheidet sich immer so in Sekunden. Der auch weckt die Jäger nicht zum Einsatz. Das müsste der dritte Kampf. Äh, der dritte Sieg gewesen sein. Das müsste eigentlich schon der nächste Rang sein. Aber ob es wirklich so ist. Ob ihr wirklich richtig steht. Ja. Mann mach Hinner hier. Ich will Unreal Tournament spielen. Ich will Go Battle League spielen. Fünf Kämpfe. Vier Siege. Also vier. Die reichen jetzt aber wirklich aus. Das hat man verpasst hier. 4300 Staub. Und wir haben noch ein schäbiges Pokémon. Ein Skunk Tank. Machen wir das Schnellfang-Trick. Ist auch drin. Sonst hätten wir jetzt die Punkte nicht dafür bekommen. Und steigen wir auf. Auf Rang 18. Das ist es. Sehr gut. Sehr gut. Rang 18. Wir können das nochmal kurz bewerten. Das stinkt. Alter. Wie das halt hängt. Wie es hängt. Und es ist schlecht. Das sieht gut aus. Was haben wir denn hier für Raid-Bosse am Start? Der Tiri. Und hier. Libeldra als Raid-Boss. Das machen wir mal. Nein. Spaß. Also. Sack Jan. In der GBL. Ich glaube das würde ich jetzt so stehen lassen. Die Stunde ist eh gleich voll. Noch fünf Matches. Wäre zu viel. Aber man kommt ja nochmal zurück mit allem. Danke für den Tipp. Hätte ich nicht gedacht, dass Sack Jan mit seinen Bockwürstchen da im Haar, dass der so cool ist. Aber hat mir echt gut gefallen dieses Pokémon als Ersatz. Man kommt irgendwie viel leichter durch. Du machst mit dem fast alles mittlerweile. Sack Jan, der Bockwurst-King in der GBL. Also. So schreiben wir das jetzt hier rein. Danke. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wieso sieht das Aufnahmebeenden so komisch aus? Hat ein Update gemacht. Ich hoffe der Ton ist da. Ja. Weil es vorhin ein Update gemacht hat. Nicht, dass ich wieder eine Stunde geredet habe ohne irgendwas. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Peace out, Vorhaut.